Oh, ist das bescheuert, ey. Wo landet er jetzt lang? Jetzt, ey. Komm schon. Ja, auf jeden Fall ist das so schnell wieder. Jetzt. Wo ist er? Da. So, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Alter, der hat vier Messerstiche. Das kann er nicht überlebt haben. Oh, Mann. Ich sage nur, ah, nee, lieber nicht. Nee, ich muss das jetzt mal weiter. Jetzt bin ich gerade in den Spielfluss drin. Oh, na, klasse. So viele. Ich auch nicht. Wir sollten den Unterschlupf beschützen. Gezielte Rennen in der Stadt, wo man hier bewacht hat. Hey, ich bin jetzt. So. Hier sind wir erstmal in Sicherheit. Wie sieht unsere Axt aus? Die sieht nun gut aus. Vielleicht können wir die auch einfach umgehen. Oh, nee. Da oben steht er noch. Den könnte ich doch eigentlich... Den habe ich erwischt. Ach, jetzt habe ich mir natürlich schon in die Sackgasse. Aber naja. Na, komm her. Na, komm her. Genau. Ist gut. Bye, bye. Sehr gut. So, die drei noch und der da oben. Da kommt doch schon der Nächste. Verdammter. Bye, bye. Ruf, sie kommen jetzt beide hierher. Jetzt da noch ein dritter. Oh, Mann. Okay, das geht jetzt nicht. Das ging jetzt nicht anders. Das ging jetzt nicht anders. Bringen wir es hinter uns. Und weg damit. Das kannst du abkommen. Der ist breit. Gut geschafft. Weiter geht's. Du kannst dich doch nicht ewig verspäßen. Bam. Reicht nicht. Hast du noch irgendwas für mich hin, oder? Gut. Weiter geht's. Hey, ich glaube, da drüben ist was. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Nein, alles leer. Bye, bye. So, wo sind denn die jetzt hier alle? Hier ist sie, okay. Wo denn? Oh, da. Okay. Bye, bye. Das kannst du jetzt hier mal ein bisschen beschleunigen. So. Muss ja nicht Ewigkeiten dauern, hier. So, weiter geht's. Gut, ab hier rein. Alice Rucksack. Was ist das? Was macht Alice's Zeug hier? Fleischbestand. Schon besser. Fette Wolters muss besser werden. Okay. Geht's hier wieder raus, oder was? Ey? Geht's jetzt hier wieder raus? Dich verarschen? Hä? Bist blöde? Ich komme nicht mal raus. Hä? Ey, ich fühle mich jetzt gerade nicht. Ach, lol. Oh, Gott. Boah. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Das ist mir klar. Das versuchen wir ja hier gerade. Das versuchen wir gerade. Oh, scheiße. Halli. Da muss man hin. Stimmt, das ist hingern. Flammen auf. Der lebt noch. Ist logisch. Da ist das Messer. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Mann, das reißt dich zusammen. Wer ist das denn? Ich wusste, du hast Herzen. Hä? Ist das doch kein Herz zu gehen. Der hat vier Messerwunden. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Du kannst doch betteln. Du kannst doch betteln. Leck mich! Du... Du kannst doch betteln. Komm schon. Ja, dann lass dir gesagt sein. Du hast dich einmal weg. Ja, komm, wer ich bin. Und jetzt... Halli! Hör auf! Hör auf! Pass mich nicht an! Ist okay. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Hier, hier. Ich bin's. Er wollte mich. Ich weiß. Okay, klar. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Fröhling. Oh, Gott. Erli! Hast du mich gehört? Nein! Was? Da! Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleiner. Boah! Das war... Füllst du die Brise? Ich sag dir, an solchen Tagen hab ich immer draußen gesessen. und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bring ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was machst du? Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Pause. Ich denke mal, beim nächsten Part ist dann das Finale angesagt, schätze ich mal. Jetzt kommt ihr ins Krankenhaus. Und... Ja. Sehen wir uns dann wieder beim finalen Part. Hoffe ich zumindest nicht, dass es... Wenn es länger als 15 Stunden ist, dann wird es wahrscheinlich 2 Parts oder 3 Parts werden. Aber, na okay. Okay. Vielen Dank.